Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen FACOMAT 2024 in Friedrichshafen. Wir befinden uns hier in Halle B1 auf unserem Wittmann-Stand. Dieses Jahr präsentieren wir in unseren Leistungs- und Effizienzpfad, bestehend aus insgesamt sieben Stationen, auf denen unsere gesamte Produktpalette gezeigt wird. Der Effizienz- und Leistungspfad beginnt mit einer hocheffizienten, servohydraulichen sowie weiteren vollelektrischen Spritzgießmaschinen und führt sie darüber hinaus zu unseren Linearrobotern, Servopickern sowie zu kompletten Produktionszellen. Natürlich zeigen wir auch eine Auswahl aus unserem Portfolio an hocheffizienten Peripheriegeräten wie Trocknern, Fördersystemen und Temperiegeräten, jeweils ausgestattet mit unserer EcoDrive-Technologie. Die Exponate werden im Sinne der Nachhaltigkeit durch unsere Beistellenmühlen abgerundet. Mein Name ist Alexander Pech. Mein Name ist Andreas Hollweg und wir beide freuen uns, Ihnen einen Überblick über die effizienten und leistungsstarken Produkte geben zu können.